Hu-Ha! Hu-Ha! Es wird am Anfang ruckeln. Hu-Ha! Hu-Ha! Der tapert hier den Gang entlang und grinst wie ein Leguan. Spahn! Jens Spahn! Mit großer Klappe kündigt er voll geile Maßnahmen an. Krass. Cool. Krass. Doch fast jede Prognose, die er macht, geht voll in die Hose, schlecht durchdacht. Masken-Schnell-Tests, Impfstoff-Lieferung. Puh! Ha! Impf, Impf, Impf mit Spahn. He, Jensi, ho, Jensi, Grins weiter, immer breiter, stellt euch hinten an. Rumquengeln, vordrängeln, einen in die Fresse dängeln. Nicht genug Vakzinis. Ho-Ho-Ho-Ho! Für die armen Teenies. Ha-Ha-Ha-Ha! Wenigstens die Alten sind gut drauf. Puh! Ha! Impf, Impf, Impf mit Spahn. Die Hausärzte hier haben zu viel Papierkram. Reibungsloser Impffspaß. Äh, 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 äh. Digitaler Impfpass. Ha-Ha-Ha-Ha! Und wann gibt es vom Impfstoff denn genug? Wenn alle Pferde ins Ziel kommen, werden wir viel zu viel Impfstoff haben. Die Suche sind die Untertitelung des ZDF, 2020